Ich weiß nicht, wie ich das immer schaffe, aber ich sitze jetzt gerade in Cozumel am Pier, am Ferry Pier, habe mir ein Ticket gekauft für die Mexico Ferry, weil das kostet nur 80 Pesos und die von Ultamar kostet 163 Pesos. Und dann meint die zu mir, ja, die Ferry fährt um vier und ich so, ja, ja, ist ja gleich. Warte dann so 15 Minuten und will einchecken und dann meinte er so, ja, aber ist doch erst um vier und ich so, ja, ist doch um 20 Minuten. So, und dann zehn Minuten später lässt er mich hoch und meinte, ja, kannst du ja schon mal ein Bierchen trinken? Und ich so, nee, nee, nee. So, und dann denke ich, okay, die Leute kommen raus aus der Ferry, cool, wann kommen die denn, dass wir reinchecken können? Keiner kommt, ich gucke auf die Uhr, es ist drei, es ist drei und die Ferry fährt erst um vier. Ich habe keinen Plan, was ich das immer mache. Jetzt sitze ich hier eine Stunde am Pier und warte, dass die Fähre dann um vier losgeht, weil ich heute noch nach Playa del Carmen rüberfahre und da wahrscheinlich fürs Essen gehe und Shoppen gehe oder sowas, keine Ahnung, weil ich festgestellt habe, dass aus der Laundry, die ich abgegeben habe, ein paar Sachen nicht zurückgekommen sind. Das finde ich super. Und deswegen, weil ich das nicht haben kann, dass ich keine Sporthose habe oder so, will ich da jetzt auf jeden Fall mal schauen, ob ich die hier im Playa del Carmen kriege, weil die Chance ist groß, weil hier sind die ganzen amerikanischen Geschäfte und deswegen denke ich mal, dass das eher funktionieren wird. Ja, vielleicht seht ihr nachher noch ein paar Eindrücke aus Playa del Carmen, was halt, kann ich euch schon mal sagen, sehr amerikanisch ist. Das heißt, man muss nicht nach, wenn ihr nach Mexiko wollt, um mexikanisch kennenzulernen, meidet Cancun und Playa del Carmen, weil das ist sehr amerikanisch. Dafür könnt ihr auch in die USA fahren, dafür braucht ihr nicht nach Mexiko kommen. Aber es ist halt auch gut, wenn was fehlt oder man Klamotten braucht, dass halt ein paar amerikanische Geschäfte da sind, weil in die mexikanischen passt immer irgendwas nicht bei mir. Und deswegen habe ich jetzt die Hoffnung, dass ich heute da was finde. Ja, so, das war's, mein kurzes Statement zu Playa del Carmen und Cozumel. Und ja, dann warte ich jetzt noch eine Stunde, bis die Fähre geht und da sehen wir uns auf jeden Fall später wieder oder morgen. Macht's gut, bis dann, ciao! Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017